Herr Illers, bei dem Referendum auf der Krim haben nach Angaben der Regionalregierung 93 Prozent der Bewohner dieses Gebietes für den Beitritt zur russischen Föderation gestimmt. Das kommt ja nicht wirklich überraschend, oder? Nein, eigentlich nicht. Es gab ja auch schon vorher entsprechende Meldungen, dass man sowas erwartet. Vor allem vor dem Hintergrund, dass über 60 Prozent der Bevölkerung russischstämmig sind, dass die Geschichte also eine lange russische Geschichte ist und so weiter. Vor dem Hintergrund ist das nicht überraschend. Man muss noch ergänzen, 80 Prozent sollen teilgenommen haben. Das bedeutet, 20 Prozent sind zu Hause geblieben, die haben mit den Füßen abgestimmt gewissermaßen. Es ist auch nicht viel, die dagegen waren. Aber Herr Illers, was ist dieses Referendum denn überhaupt wert, wenn es ja vom Westen, also von der Europäischen Union und von den Vereinigten Staaten nicht anerkannt wird? Und vielleicht kurz darüber hinaus, wie verhalten sich denn die anderen der über 190 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen? Also ich denke mir, was es wert ist und wer es anerkennt, das wird man erst noch sehen. Bisher haben wir ja nur Mediengetöse in dieser Frage. Und ich denke mir, auf jeden Fall ist es eins wert, nämlich ein Signal, das von Russland in dieser ganzen Frage gesetzt worden ist. Nämlich, das heißt ganz einfach, jetzt weiter bitte nicht in der Behandlung der Ukraine als Filetstück, das man sich also einverleiden möchte. Das ist die Hauptbotschaft. Egal, was jetzt da anerkannt wird und nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass auf der anderen Seite die Europäische Union jetzt mit Sanktionen droht. Die USA haben Militär in der Region aufmarschieren lassen. Welche Perspektiven sehen Sie denn jetzt für die Region? Das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Auf jeden Fall denke ich mir, das Hauptproblem besteht darin, dass man die in der provisorischen oder in der Übergangsregierung befindlichen Rechten irgendwie stoppen muss. Egal, wer sie stoppt. Und wenn man sie nicht stoppt, dann gibt es auch Gründe dafür, dass man sie nicht stoppen will. Die Frage ist also, ob irgendjemand interessiert daran ist zum Beispiel, die Russen in eine gewisse Falle zu locken, sie zu provozieren, dass sie auf die Unruhe dann also irgendwie weiter reagieren müssten. Ich erinnere mich da an die Situation in Afghanistan, die Afghanistan-Falle von Grzinski. Sowas darf auch nicht passieren und wird vermutlich auch nicht passieren, weil ich denke mir, dass die Russen zu klug und zu cool sind dafür, um sich auf so eine Provokation einzulassen. Nun ist es so, wenn wir über die Motivation reden, dass die russische Regierung als Motivation ja den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung auf der Krim angibt. Es ist ja aber nicht wirklich abwegig hier, diesen Vorstoß als Revanche für den provestlichen Putsch in Kiew zu interpretieren. Was steht denn Ihrer Meinung nach dahinter? Also ich habe mich schon fast zu dieser Frage geäußert eben. Ich denke mir, es ist einfach klar, wenn man die Geschichte anschaut der letzten 25 Jahre und die Strategie sieht, dass man die Ukraine aus Russland rausbrechen muss, um also über Eurasien, also die Oberhoheit zu haben und so weiter, dann ist klar, dass also hier Russland sich gegen ein weiteres Vordringen auf diese Art und Weise wehrt. Russland handelt letztlich aus einer Defensivposition heraus. Das muss man meiner Meinung nach ganz klar sagen. Und das hat mit Revanche nichts zu tun. Das ist einfach ein Versuch, also ein weiteres Vordringen auf diese Art und Weise zu verhindern. Nun hat es ja auch in Deutschland unter Parteien und politischen Lagern in den vergangenen Tagen und Wochen eine Kontroverse um Rechtsradikale in dieser de facto Regierung, in dieser Führung in Kiew gegeben. Die Krim-Regierung und Moskau haben mit einer starken Anti-Nazi-Rhetorik hier Stimmung tatsächlich gegen die de facto Führung in Kiew gemacht. Zugleich wurden aber Rechtskonservative aus der Europäischen Union als Wahlbeobachter eingeladen von der Regionalregierung der Krim. Und in gewisser Weise auch der russische Nationalismus, als der so eine aufgeklärte Form man ja den Putinismus zählen kann. Dort gibt es Antisemitismus und Homophobie. Ist dieser ganze Diskurs, Herr Ehlers, also nicht widersprüchlich? Ja, das ist natürlich widersprüchlich, aber zum ersten Teil Ihrer Frage muss ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil die Einladung von Wahlbeobachtern ist ein bisschen komplizierter. Man hat die OECD versucht einzuladen, die OECD hat aber abgesagt. Daraufhin hat man also von Seiten verschiedenen, sowohl aus der Ukraine als auch von verschiedenen russischen Abgeordneten, sämtliche erreichbare Parteien in Westeuropa und so weiter angeschrieben oder angerufen, dass sie doch bitte Beobachter schicken mögen, aber gemeldet haben sich nur die, die sie jetzt eben aufgezählt haben, eben die Rechten. Das liegt aber nicht daran, wen man eingeladen hat, sondern es liegt daran, wer gekommen ist. Das ist ein interessanter Punkt. Was das zweite Ding anbetrifft, ist es klar, also ich bin kein Liebhaber von Putin in dem Sinne, dass ich Putin verteidigen müsste oder Russland über alles stellen müsste und gegen jeden Angriff verteidigen müsste. Tatsache ist, dass es selbstverständlich also in diesem ganzen Zusammenhang auch jetzt russischen Nationalismus liegt. Erstens in der Ukraine und zweitens schäumen auch die nationalistischen Wellen in Russland hoch. Da muss man sagen, da muss man es sogar Putin hoch anrechnen, dass er diese Wellen nicht so hochschlagen lässt, wie sie gerne hochschlagen möchten. Das ist der Stand der Dinge. Und ansonsten würde ich die innerrussischen Verhältnisse mit Antisemitismus und dortigen faschistischen Umtrieben und dortigen, was heißt homophobischen Geschichten und so weiter, nicht unbedingt aufrechnen gegen das, was irgendwie in der Ukraine passiert, gegenwärtig. Das bringt irgendwie nichts. Herr Enners, kommen wir am Ende zur Perspektive auf der Krim und darüber hinaus. Wird dieser Konflikt denn nun abflauen Ihrer Meinung nach oder nimmt er erst richtig Fahrt auf? Wir haben ja neben der Krim auch noch andere Konflikte um Moldau, Abkhazien, Süd-Ossetien, Transnistien und ähnliche Gebiete. Das ist für mich von zwei Seiten her zu betrachten. Wenn ich es von der russischen Seite her betrachte, würde ich sagen, es gibt für Russland keinerlei Grund, diesen Konflikt auszuweiten. Im Gegenteil, es gibt jeden Grund, diesen Konflikt zu stoppen und also Ruhe einkehren zu lassen. Wenn ich es von der anderen Seite her betrachte, würde ich sagen, die Unruhestifter auf der Seite, die also bisher 25 Jahre lang versucht haben, nach Osten vorzudringen, sind nicht befriedet. Sie werden weiter versuchen, Russland in die Ecke zu drängen, weil sie das brauchen für ihre geostrategischen Interessen, mit dem sie also Russland irgendwie eingemeinden oder unschädlich machen wollen oder wie immer man es sagen will, um freien Raum zu haben gegen ihre fliere Asien-, China-, Asien- und Indien-Politik. Das ist der Stand der Dinge. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Herr Ellers, vielen Dank für das Interview. Bitte sehr. Vielen Dank.